Willkommen zur Trainingsimmersion im freien Modus der Coalescence Corporation. Hier erlernen Sie die Grundlagen der Bewegung mithilfe Ihrer Augmentierungen im Zusammenspiel mit Ihrem Antriebssystem. Kinderspiel. Wie Sie noch erfahren werden, können Sie mit Ihrem Antriebssystem wesentlich mehr leisten als das. Wenn Sie Bewegungen verketten, erhalten Sie fließende Un- und Gutgemacht. Und jetzt weiter über den Kurs. Gut gemacht. Als nächstes versuchen wir ein paar Wandläuter. Die Materialien in Ihren Handschuhen und Stiefeln verändern Ihre Eigenschaften, um Ihnen halt an der Oberfläche zu gewährleisten. Versuchen Sie jetzt von einer Wand zur anderen zu sprengen. Feuern Sie während eines Wandlaufs, um Feinde aus unerwarteten Winkeln und Richtungen anzugreifen. Sehr gut. Sehr gut. Versuchen wir jetzt Manöver in einer Unterwasserumgebung. Ihre Augmentierungen und Modifikationen ermöglichen es Ihnen, auch unter Wasser eine Weile lang aktiv zu bleiben. Sie können dennoch ertrinken, wenn Sie nicht vorsichtig sind. Sehr gut. Mal sehen, ob Sie Ihre neu erlernten Fähigkeiten nutzen können, um den Rest des Kurses zu meistern. Sehr gut. Gut, gut. drop Jazzdentcher, duぐlebe, weiter flieg. 藍ushing auf die Wandlaufs. Versuchen Sie hier für den sail. Gut, gut. opot Konstru enseische ein Waffe gibt es für den Kursen. Ich bin und stalinigador. P5-p4-p5-party Ja. Ne 88-4-keyえ berez Import. Kleinereighth 15-d曾经-taija Bürok-ITY. Wasserstrahнитьetermieuous von Fähigkeiten. Glückwunsch! Sie haben nun Zugriff auf zusätzliche Kurse. Wenn Sie diese abschließen, verbessern Sie Ihre Beweglichkeit noch weiter und werden so noch tödlicher im Kampf. Wenn Sie diese abschließen, dann können Sie diese abschließen, dann können Sie diese abschließen.